Musik Noch bevor sie überhaupt auf der Matte zu sehen ist, beginnt das Kreischen in der Turnhalle im Olympiapark und bei Sofia Raffaelli steigt die Aufregung. Mit der italienischen Sensationsweltmeisterin ist ein Negastar der rhythmischen Sportgymnastik in der Hauptstadt. Ein Tag für die Geschichtsbücher, das entzückt nicht nur das Publikum, sondern ebenso die Gymnastin selbst. Ich bin so glücklich, hier teilzunehmen und Berlin ist eine tolle Stadt. Einen besseren Start in die neue Bundesliga-Saison der Staffel A kann man sich nicht wünschen. Denn selten ist eine Liga vom Niveau so eng aufgestellt wie in diesem Jahr. Mit dem Vorjahrssieger TSV Bayer 04 Leverkusen, dem Aufsteiger Fortuna Marzahn, dem Berliner TSC, dem TV St. Wendel und Bremen. 1860 kämpfen fünf Vereine um die Qualifikation für das DTL-Finale am 26. November in Bremen. Es ist einfach so ein tolles Erlebnis, auch mit einem Team zusammen starten zu können. Und ja, es schweißt einfach zusammen und es ist einfach eine schöne Erfahrung. Und es ist auch toll, dass unsere Gruppe so nett ist und dass wir uns mit allen sehr gut verstehen. Es macht sehr viel Spaß, mit allen zu tun. Auch die Berlinerinnen Nele Arndt, Helena Riebken und Mia Liedtke strahlen über das ganze Gesicht. Von allen Seiten werden sie gedrückt und geherzt. Ihren Erfolg können die Gymnastinnen noch gar nicht fassen. Schließlich trainieren sie täglich am Bundesstützpunkt Berlin, um sich optimal auf solche Bundesliga-Wettkämpfe vorzubereiten und hervorragende Teamleistungen zu erzielen. Die Atmosphäre hier ist richtig toll, also es macht richtig viel Spaß zu touren. Und ich bin einfach nur dankbar, dass es auch hier in Berlin stattgefunden hat. Es war so schön, einfach in der Halle zu touren, wo wir auch in der Woche untertrainieren. Und ich liebe diese Halle, weil seit der fünften Klasse kann ich hier trainieren. Und deswegen war es einfach ein wunderbares Gefühl. Für einen Paukenschlag sorgt die Bulgarin Eva Brezaljeva, welche als Gasturnerin für den Ausrichter gewonnen werden konnte. Mit ihrer glänzenden Keulendarbietung kommt sie auf 30,183 Punkte und schockt die Konkurrenz. Schließlich siegt der Vizemeister Hauchdünn vor den Vorjahressiegerinnen aus Leverkusen. Auf den dritten Platz kommt die Mannschaft des TV St. Wendel. Der Aufsteiger Fortuna Marzahn belegt den letzten Platz. Einfach irre. Ganz toll. Wir haben heute die fünffache Weltmeisterin gesehen, die Sofia Raffaelli. Wir haben bulgarische Mädchen gesehen, die ganz tolle Übungen, ganz tolle Leistungen gezeigt haben. Also das ist toll für die deutsche Tonliga, sowas hier zu sehen. Erneut beginnt das Kreischen in der Tonhalle im Olympiapark und die Aufregung bei Sofia Raffaelli steigt. Mit der letzten Darbietung der italienischen Sensationsweltmeisterin geht ein Tag für die Bundesliga-Geschichtsbücher stimmig zu Ende. Erneut beginnt das Kreischen in der Tonhalle im Olympiapark und die Aufregung bei Sofia Raffaelli steigt. Erneut beginnt das Kreischen in der Tonhalle im Olympiapark und die Aufregung bei Sofia Raffaelli steigt. Erneut beginnt das Kreischen in der Tonhalle im Olympiapark und die Aufregung bei Sofia Raffaelli steigt. Erneut beginnt das Kreischen in der Tonhalle im Olympiapark.